Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft 8 Hupsala Ich habe gerade noch mal was gegessen Ähm Ja, verschluckt, bisschen Wir sind zurück bei Minecraft 8 Wir werden erstmal eine Familie mit dem Nintendo Network herstellen Und wir gehen jetzt global Mal gucken eigene Regeln 200er CCM und so Ob jetzt vielleicht mehr Leute mal da sind Wir nehmen wieder unseren Hellblown Yoshi Und das gleiche Setup wie immer Und wir suchen jetzt mal das Spiel an Und ich bin wieder So Mario Kart 8 Ein wunderschönes Spiel Und wir schauen mal zu beim Warten Ähm Ja Okay Wir haben nur 4 Leute Das ist irgendwie komisch Also damals ging das irgendwie noch besser Dass man da noch mehr gefunden hat Aber okay Vielleicht ist aber auch mehr in den In den ähm In den Turnieren los mit 200 Aber ist ja auch egal Machen wir es halt so Oh Oh die Swinger Baby Park will auch Oh Oh Okay 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 Schon zu Ende Na gut Ähm Oh Auf jeden Fall Hallo Wir gehen Erstmal hier schönen grüßen Und jetzt haben wir jetzt nicht mal kurz eine Strecke Vereinigtes Königreich mit 18.000 Punkten Frühlingsstrecke Die Frühlingsstrecke Nicht so viele Änderungen Aber ganz nett Wir haben eine Tröterich Den nutzen wir mal Und wir fliegen Und wir landen Oder zum Fliegen dazu Dass man auch mal wieder landen muss So So Wir haben 3er Rot Äh War nicht so geil Machen wir nochmal ein 3er Ach verdammt Der war doof Ja toll Nehmen wir meine München weg Hier Iggy Wart Iggy? Mein Iggy Meiner war Iggy So Und huiii Uiuiui Wow Was war das denn? Für nen Huckel Na komm Mach Kurve Okay Wir kriegen ihn irgendwie nicht wirklich eingeholt Ach So Äh Blauer Panzer Ich weiß ich sollte eigentlich nicht hier lang fahren Aber ich glaub das ist schneller Vielleicht Vielleicht auch nicht Der ist aber auch weit weg Äh Na wow Blooper Wow Super Hat's ja richtig gelohnt Äh Upsala Ähm 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 Ich hab mal noch was Im Munde Ähm Einfach Entschuldigung mir gerade ein bisschen an die Nüsse Ich hab grad noch so'n 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 bisschen Schokolade gegessen So Mit Nüssen Und naja Entschuldigung mir gerade ein bisschen dran Komm Und Wir werden Zweiter Wie hätt's gedacht Bei Computer Gegnern Okay Tja Ist ja jetzt nicht so pralle Mit zwei Leuten Rumzudaddeln Also wenn es nicht mehr kommen muss ich leider 150 gehen Tja bleibt wohl dabei Dann Tut mir leid worden Schönen Tag noch In England So Dann gehen wir global Und gehen halt ein Rennen rein So Lalalala Lalalala Glais Salem Glais Salem Somit Schönen Und Schmacks spielern und die torts fliegen immer noch rum hallo die haben auch spaß so wir suchen nach spielern und wir suchen nach spielern na komm was bin doch nur irgendeinen raum vorschlagen irgendein von mir aus nehme ich den aus in na siehst du schau bei den mann so weit von mir aus nehmen wir einen irgendwo im arsch der welt guck mal hier da haben wir noch ein paar leute sogar hier ein bisschen europäisch bis auf den japaner da oder zwei japaner so was spielen die für eine strecke aha spielzeug land schachtel paradies ich meine ich glaube in zwischenszeit mein controller ist aber zusammenfassig manchmal so ansammelt naja so wir wollen was wollen wir denn was wollen wir denn ich will den da weil das ist beide ganz schön viele roti hier krass so jetzt will ich wenigstens meine schöne größe jahre ja interessant einer fehlt noch einer fehlt noch einer muss noch wählen einer fehlt noch einer muss noch wählen etwas nach sich bitte naja naja und die eine person wollte nicht also kriegt zu wenden und dann schauen wir mal was jetzt gewählt wird Polarkreisparcours ok ok ah die haben interessante zahlen mal sind ja noch mit 5000 aber ja nicht schlecht und alle schon so über 10.000 so mal hier ein bisschen äh neu hin richten da sind ja die Todpolaregustion bis 2014 bis 2015 heißt Anfang des Jahres nächsten Jahres müssen wir wieder zurückkommen und los geht's so naja Banane ich hätte nicht warum habe ich gebremst ich weiß es nicht Leute ich weiß es echt nicht komm mach Kurve danke ich komme nicht in den Drift na gut war zu langsam so ha Santia Santio ist reingefallen reingefallen wer hat nicht reingefallen ach ja 150 ist immer so naja ok haben wir wenigstens die Zeit alles hier uns schön anzuschauen so wir haben 3er grün ok wunderbar und erstmal hier alle überholen so wir haben eine Bumbe eine schöne Bumbe nur für clever so boah was geil geworfen war das nicht geil geworfen boah krass geil so zack weg mit dir zweiter so so ok und wir fliegen ich glaube ich habe gerade einen blauen gehört und er kommt auch gerade wir sind gerade noch dritter ok kein getroffen das macht nichts wir haben 3er Pilz haben wir 10 Münzen und gegen Vollgas so wunderbar Pilz ein Stunt ob wir noch da was überholt bekommen oder ob wir nochmal da hinten fallen das würde mal sehr interessant werden wir kriegen als Abschluss einen roten Panzer noch ja zum Abschluss ne ja das letzte Item stimmt äh tja schieße ich den ab ne schieße ich den nicht mehr schade das war doof oh 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 auch wo er bleibt da bleibt ich bin dritter schön dritter wir sind dritter ok nächstes Rennen so was haben wir zur Auswahl was haben wir zur Auswahl was haben wir zur Auswahl komm zeig ein mein liebes Spiel dankeschön äh Babypark 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 ich will den Babypark 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 super wollen nicht so viele in den Babypark alle mehr auf den Rollwayway äh diese Strecke ich will mich nicht auf den Rollwayway manu bin lieber in den Babypark und es geht in den Wald sogar in den wilden Wipfelweg so der wilde Wipfelweg dann here we go und go so wir kriegen schon mal eine Banane und wir wurden schon mal weggehauen also das ist toll nicht so dann nehmen wir ein bisschen Ruhe danke na äh komm mal was war das denn gewesen war ja nix war nix ok dreier Pilze so und hier jetzt haben wir mehr Kontrolle als bei 200 cc m so das können wir noch gleich abkürzen mit dem einen Pilz in der Hand und zack und dann sind wir auch schon fünfter und sechster ja so Pilze Pilzchen und Pilzchen so ok bombe oh ich bin runtergefallen schade machen wir mal so ne bombe pah das war fies jetzt sind wir neunter ja geht immer so schnell hier aber das ist das Schöne daran oh ok ok Pilzchen bauf für die Rampe und dann sind wir schon wieder neunter ja das ist ja gelohnt so letzte Runde nochmal alles geben Pilz na m m hab mich auch rangefallen an den war doof war sehr doof wow da kam das fast aus nix ey doof sag nur doof grad aber ist halt doof ist halt unfair ne so letztes item von ist ist drei Pilze so aber ich komm da nicht mehr ran ich glaube ich bleib neunter sehr schade minus elf Punkte naja naja wenigstens so krass wie damals mal minus 200 Punkte ey alter das war aber so krass gewesen mit der Punkteverteilung so letztes match für diesen part ich möchte den da bei dir und alle ihren Wall Ways ne alter ist so näher ich mag die ich weiß ich mag die Strecke nicht so aber die ist so aber das ist sie nicht sondern wir spielen SNES Marius Piste 3 kann das sein vielleicht oder einfach nur Marius Piste kann das sein so and here we go komm da geht's los und los okay Wild Ways Way so mhm äh auffassen auffassen ah äh nicht rausfliegen lassen hier danke äh äh super hier rauf wo die nicht boah bis er ja bis er noch kein Item kommt die Zone kann das sein kann sein ja aha toll ah da sind hier viele Münzen so papier das aber ich kann's gerne so erst Item und es ist 3er Grün ja wow hat's ja gelohnt so wir sind grad 6 der okay ein Pilz und der rote Pilz ist äh Panzer ist nicht für mich perfekt so ja super toll ich wurde nur getroffen von dem Feuer ach man ja kein Item bekommen auch toll ja hier Windschatten hat er genommen hab ich gesehen so hier möchte ich aber ganz gerne rein ein schönes Item komm bitte na super das ist jetzt richtig schlecht obwohl mir das geht so 3er Pilze was gibt's schöneres außer 3er Pilz gar nix genau außer man kann's richtig benutzen wie ich hä verraten auf einmal auf einmal waren sie alle vorne grad war ich noch 2 das war ja auf einmal 7ter ok ja ok mhm ja ist ok ganz toll ja 9ter 8ter äh 7ter 7ter bleib ich aber nicht ma ich konnte ja nicht abstoßen 8ter bleib ich ja 8ter werde ich tja das war's für den Subbat von der 2 Maikadacht bis dahin Faisal Energy Tendo